ja guten morgen guten tag guten abend eine wunderbare gute nacht so ein bisschen blau ja wo sind wir denn hier eigentlich sicherlich das ist interessant aber jetzt erst mal ab ins video wir sind ja in der gegend von usla beim motorvloger treffen sind wir jetzt aufgebrochen zur rundfahrt und ja mal gespannt was hier los ist weiß ich ja so wir waren gestern abend noch grillzeug und so einkaufen und da bin ich ganz hinten gefahren und irgendwie ich fand es geil so viele leute in der gruppe zu fahren weil so nach einem jahr führerschein ist man ja hat man ja doch nicht unbedingt so die erfahrung in so einer großen gruppe zu fahren das war dann doch irgendwie schon krass also wenn man mir vor zwei jahren gesagt hätte dass ich mal in so einer großen gruppe motorrad fahr ich hab gesagt jo träum weiter also ja schon erstaunlich wie sich das so entwickelt muss ich sagen ja so ein klein wenig ich weiß nicht also gerührt erstaunt verwundert bin ich dann schon dass das so was in meinem leben zustande kommen ist motorrad fahren in der gruppe ja hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht dass ich sowas mal mache motorrad fahren ja klar so aber dann mit soem rudel ja manche dinge macht man dann halt doch manchmal im leben und wenn es motorrad fahren ist ich meine gut ich bin halt sagen wir mal ein alter fahrradfahrer und vom motorrad fahren ja immer nur geträumt aber irgendwie nie wirklich gemacht aber halt jetzt dann doch dass das jetzt dann auch gleich so ausartet sag ich mal hätte ich jetzt auch nicht erwartet also ja schon so in gewisser weise auf meine alten tage ein highlight meines lebens wenn ich das mal so sagen ja und mit einer träne im knopfloch der rührung ja wahnsinn es ist sommer und es gibt viele fliegen wir haben uns erst überlegt fahren wir abends oder fahren wir jetzt so mit der idee abends wird es ja wieder kühler aber dann naja wenn wir abends fahren wird es ja schon wieder dunkel also haben wir uns entschieden wir fahren jetzt und das ist so 11 uhr und ich muss sagen ja mit farbwind geht das schon und ja alle gehen jetzt aus dem tanken ja super kein wasser ach ist das schön ist das schön und wer bist du ah das ist glaube ich ähm monster duck monster duck die monster ente äh team os das ist glaube ich jetzt ducatista fm äh mazentuni und äh fragen wir nochmal wie er heißt wie heißt du äh ja ok kenji motoyama ok hab ich mal gesehen äh ne ähm ja heiteres namenraten ahja so hat maus seine kamera oben dran gemacht ist ja mal interessant ahja deine kamerabefestigung ahja so es geht weiter oh god entorck hat da vorne ein selfiestick dabei was ich hier ja auf dem land so komisch finde oder ja so anders du kannst nicht mal irgendwie alle zwei minuten anhalten wenn dir irgendwas duckt oder irgendwas nicht richtig sitzt kannst du nicht mal kurz auf die nächste ampel warten nein hier ist immer frei hier ist immer grün immer fahren fahren ich habe irgendwie Eiligkeit also es ist ja vielleicht sollte ich mir doch eine Harley kaufen ich fahre ja ich habe also meine gewisse Wohlfühl äh Mischungsverhältnis sag ich mal zwischen Fahrbahnbelag was bei mir irgendwie sehr wichtig ist und Strecke und ähm ja Motorrad natürlich klar weil auf dem Motorrad hier kriegst du halt doch relativ genau mit wie der Fahrbahnbelag ist und die hat ja noch eine relativ gute Federung für eine Sportler und wenn ich jetzt mal mit der aktuellen YZF vergleichen würde ey ich würde hier mit was weiß ich nochmal 20 oder 10 kmh langsamer fahren weil es einem hier echt rumbeuteln würde auf dem harten Sportfahrwerk das wäre glaube ich dann wirklich unangenehm und ja du hast zwar ein Feedback aber das ist dann so viel Feedback dass das Bisse gar nicht haben weil das einfach nur unkomfortabel ist muss ich sagen also mit der YZF hier wenn ich da jetzt sagen wir mal auf der schönen Autobahn oder auf der Rennstrecke fahren würde da könnte ich würde ich mal sagen entspannter schnell fahren als wie hier auf der Landstraße wenn das jetzt also sagen wir mal die gleiche Strecke nur mit unterschiedlichem Fahrbahnbelag also hier mit so Flicken dann macht ihr natürlich auch einen Strich durch die Rechnung also weil du halt ständig irgendwie geholfen hast und eine andere Griffigkeit und so und dass wir schneller fahren sehen wir an denen da vorne die haben wir nämlich eben mal so ein bisschen eingeholt weil das da vorne ist eine andere Gruppe was ja lustig ist bei diesen Treffen man kennt die Stimmen aber kennt die Gesichter nicht so wirklich aber man kennt die Leute am Motorrad auch ne ich weiß jetzt nicht mehr aber zu mir meinte er auch jemand so ah naja ich war mir nicht so ganz sicher auf das Motorrad da wusste ich ja nicht wer das ist ja gut ich meine man kennt ja beim Motovlog nicht so unbedingt das Gesicht Marc der Motovlogger der hält ja sein Gesicht ständig in die Kamera und andere Leute ja nicht so wirklich also versuchen es ja fast schon zu vermeiden aber es ist halt ja man kennt die Leute halt hauptsächlich von der Stimme oder eben von ihrem Motorrad her was so beim Fahren in der Gruppe ein bisschen naja gewöhnungsbedürftig ist man muss sich gewiss von Tempo her an den orientieren andauern genau an den anderen orientieren und man kann nicht fahren wie man lustig ist also ich meine du kannst jetzt nicht irgendwie auf einer Strecke weil ich fahre jetzt einfach gemütlich meine 70 ein von hinten schiebt's quasi und da muss er halt schon irgendwie so auch wie die anderen 100 fahren oder halt dass er wieder ein bisschen schneller wird auch mit beschleunigen was mir halt da irgendwie ein bisschen nicht entgegenkommt was heißt das was das Gegenteil von entgegenkommen mitgehen ne was mir da mitgeht sozusagen das ist halt irgendwie ich hab so eher den Fahrstil so nicht bremsen und nicht so viel Gas geben gut das mag vielleicht daran liegen dass ich äh Fahrradfahrer auch bin so nebenbei und ja auf dem Fahrrad da gibts halt nicht so viel Gas und brems auch nicht so viel weil du sparst dir halt dadurch Energie sozusagen diesen fließenden Fahrstil bevorzuge ich halt auch beim Motorrad hätte ich fast schon Fahrrad gesagt ja weil du halt dann eben einfach ein kontinuierliches Tempo fährst und wenn du nicht so schnell fährst musst du auch nicht so stark bremsen also von dem her ist bei mir ich fahr zwar sag ich mal im Schnitt vielleicht langsamer aber eine gleichmäßigere also eine gleichmäßigere Geschwindigkeit was jetzt besser ist ja ja mal dahingestellt aber mir ist das halt ja lieber wenn man konstant eine gewisse Geschwindigkeit fährt die jetzt aber auch nicht so hoch ist dass man dann ständig wieder vor der Kurve bremsen muss sondern dass man halt gleichmäßig sein Tempo durchzieht und das kann halt auch mal ein bisschen langsamer sein was dann aber halt in der nächsten Kurve wieder schnell ist was dann hat dann doch manchmal ein bisschen für den Kackstreifen in der Hose schon geführt bis gleich die man bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020